Hi, Mama. Na? Und? Hast du neue Komplimente bekommen für die neuen Schnicker? Nee, hat eigentlich keiner was gesagt. Ah! Halt mich fest! Halt mich fest! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Die haben 20 Gründen gekostet von Nika! Ja, Mama, die haben aber alle teure Jordans. Für 400 Euro oder so. Weißt du, ich geb dir gleich mal Jordan. Hier, gleich schlägst du selber, das sag ich dir! Ja, Mama, was kann ich denn dafür? Nix ist dem Herr gut genug. Nix, leuchte immer mit deiner Extra-Burst. Nee, langsam kann ich das auch nicht mehr. Hier, hier!